Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Gestern wollte ich ja eigentlich streamen, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Ich wollte Fortnite hier den Cup spielen. Gestern stattfand mal wieder komplett online gespielt. Nicht den Cup, sondern den hier hinten. Dann wollte ich hier einfach spielen. Bisschen chillig, jetzt nicht irgendwie auf Preisgeld schwitzen, weil ich das so nicht schaffe. Aber einfach ein bisschen dort entspannt zocken. Und dann denkt sich natürlich nur sowohl davon, eine halbe Stunde bevor das Ganze beginnt. Wir sperren einfach die Hälfte aller Websites und die Leute kommen da nicht mehr rauf. Ich hätte extra nachgeguckt. Es scheint wirklich ein großes Problem bei vielen zu sein. Und YouTube ging einwandfrei. Ich konnte streamen. Ich konnte allerdings nicht Minecraft öffnen. Also nicht Minecraft Multiplayer. Nicht Fortnite Multiplayer. Ich konnte auch nicht gucken, ob auf Twitter irgendetwas steht, dass die Fortnite Server down sind oder so. Trotzdem ging manche anderen Websites auch komplett strange. Aber was soll man nur mal machen von Vodafone und generell dem Internet in Deutschland. Ist das ja schon bekannt. Und ja, jetzt schauen wir uns mal den Itemshop von heute an. Wir haben einen liebes Stranger drin und zwei neue Sachen. Eine Lama Beat und Fingerabdruck Lackierung. Das Kind an sich ist ganz in Ordnung. Die Flügel sind relativ beliebt eigentlich immer. Dazu die Tattoo-Hacke finde ich jetzt nicht ganz so cool. Das Herz leuchtet zwar schön, aber die restlichen Farben und so gefallen mir nicht ganz so. Dann haben wir hier den Omen-Charakter. Der Charakter an sich finde ich sieht nicht ganz gut aus. Allerdings die Spitzhacke hier mit dem Orb drin. Sieht ziemlich nice aus. Und dann hier haben wir auch noch den Sanctum Skin. War auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Hat auch wieder einen Umhang. Und die Spitzhacke finde ich hier tatsächlich ziemlich cool. Ich glaube, die leuchtet hier auch ein bisschen mehr schlägt oder so. Der Skin gefällt mir auf jeden Fall eigentlich am meisten von den Ganzen. Dann haben wir den Synapse Skin. Er hat hier hinten so ein kleines Hologramm drauf. Hat auch einen zweiten Stil, nämlich einen grünen. Ich finde den Skin an sich eigentlich ganz cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Aber Elektro-Laune. Ich habe einen coolen Beat. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann schauen wir uns einmal die Musik an. Ein bisschen abgümmer, steht immer die Lama-Glocke. Bisschen schlecht. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir hier die Fingerabdruck-Lackierung. Ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und eher nicht, dass ich die Musik, also die In-Game-Fortnite-Musik einfach anlasse, während ich einen Fortnite-Shop mache. Schreibt es gerne in meine Kommentare. In der Himmode war, glaube ich, auch schon Ewigkeit nicht im Shop drin. Ist ganz nett auf jeden Fall. Und dann haben wir die Überfliegerin. Die war auch, glaube ich, schon ziemlich lange nicht mehr im Shop. Ist ganz in Ordnung. Der Charakter kann man sich auf jeden Fall kaufen. Das war es dann mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass gerne eine Bewertung da und ein Abo, wenn ihr hier neu seid. Und ich würde mich natürlich auch über Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.